Wir sind fassungslos im Angesicht und an diesem Ort des industriell geplanten kalten Massenmords. Und es war uns in der Tat sehr wichtig, diesen Gedenktag des Massenmords an den Roma und Sinti hier in Auschwitz begehen zu können. Und unsere Dankbarkeit geht in der Tat an Romani Rose, den Präsidenten des Zentralrats der Sinti und Roma in Deutschland, aber auch an Dr. Josef Schuster, den Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, dass sie diesen Tag mit uns gemeinsam hier in Auschwitz verbringen.